Ach, das tut mir ein bisschen. Wenn Sie jetzt die Kräuter trocknen und das Kopfkissen liegen, dann vertreibt es. Wie kommen Sie denn darauf, dass ich Sorgen habe, dass Sie mir irgendwie ein bisschen danach aussehen? Und ich habe Ihnen versagt, es geht nicht überall, dass Sie aus dem Haus müssen. Ich habe gedacht, es ist vorbei. Und wir können Freunde sein. Aber dann waren die alten Gefühle doch wieder da. Und dann waren Sie über die Sachen hinweg? Wir waren nicht zusammen. Ach, Rosa, ich fürchte, es hilft nur Ablenkung. Die Mutterzeit vergeht der schlimmste Liebeskummer. Ist doch ein wenig, das ist, oder? Ich habe aber nichts, was mich ablenkt. Jedenfalls nicht so, dass ich mich ständig daran denken muss. Sie müssen sich eine Aufgabe suchen, für die Sie Leidenschaft empfehlen, wie ich zum Beispiel hier mit meinen Aufgaben im Kloster. Das könnte aber für Sie Ihr Kampf und den Friedhain sein. Den kann ich auch nicht mehr gewinnen. Also wenn Sie jetzt die Flinte ins Korn werfen, dann singen Sie mir ein anderes Leben, Frau. Ich kann Sie nochmal mit dem Kräuter und dann abküssen versuchen. Genau. Und Sie werden eine Liebe finden, da bin ich mir ganz sicher und sauber. Und was ich Sie nur fragen wollte, haben Sie eigentlich schon eine ständige Gucke-Fekriez über die Saison? Haben Sie mir das heute geschafft? Ich bin ja auch gar nicht dazu gekommen. Ich bin auch da, aber ich kann sie ja auch nicht. Ich bin auch da, ich kann sie ja auch nicht zuerst machen. Ich bin auch da, ich bin auch da, ich bin auch da, ich bin auch da. Ich bin auch da, ich bin auch da, ich bin auch da, ich bin auch da. Ich bin auch da, ich bin auch da, ich bin auch da. Ich bin auch da, ich bin auch da, ich bin auch da, ich bin auch da. Ich bin auch da, ich bin auch da, ich bin auch da. Ich bin auch da, ich bin auch da, ich bin auch da, ich bin auch da. Das war's für heute. Vielen Dank. Vielen Dank.